Naives Kind. Lass es mich erklären. Wird ein Diktator abgesetzt und wandert direkt in den Knast. Dann sperren sie seine Frau auch weg, egal ob ihr das passt. Ja und das wollten wir vermeiden, dafür bin ich nicht gemacht. Ich und Mrs. Dubenschwirtz haben uns was ausgedacht. Also sagten wir, wir hätten uns getrennt. Mit Sputt und Huhn, dass wenn sie mich verhaften, dann bleibt sie davon verschont. Ja das und auch der Steuervorteil stimmt mich wohl gemut. Unsere vorgegebene Scheidung ist aus vielen Gründen gut. Wir bekommen doppelt so viel Post, das finden wir echt stark. Wir haben zweimal so viel Kraft für unseren jährlichen Flumarkt. Jeder hat sein Bad, sein Bett und Fernsehsessel sowieso. Wir sehen uns trotzdem ganz oft nur durch ein starkes Teleskop. Was Restaurants und Urlaub angeht sind wir uns uneins. Doch jetzt kann jeder machen was er will, ich meinst du deins. Weil wir uns so selten sprechen gibt es auch keinen Disput. Unsere vorgegebene Scheidung ist aus vielen Gründen gut.